Herzlich willkommen im ländlichen Gasthaus zum Dorf Krug in der Lüneburger Heide. Die Räume im Haus bieten bis zu 70 Personen Platz. Unsere Partyscheune eignet sich ideal für Feierlichkeiten jeder Art mit bis zu 120 Personen. Im gemütlichen Kaminzimmer für kleinere Gesellschaften finden bis zu 30 Personen Platz. Unsere umfangreiche Speisekarte bietet eine große Auswahl an Gerichten, der gutbürgerlichen Küche sowie Wildspezialitäten aus der eigenen Jagd. Zusätzlich bekommen Sie bei uns saisonale Speisen wie Grünkohl oder Spargel. Bereits im Jahre 1675 erhielten unsere Vorfahren die Schankgenehmigung. Unsere Räumlichkeiten eignen sich ideal für Hochzeiten, Geburtstage und Betriebsfeste. Die fünf modernen Doppelzimmer sind zeitgemäß ausgestattet und verfügen über Dusche und WC sowie Satelliten-TV. Beginnen Sie den Tag mit einem ausgiebigen Frühstück und erkunden Sie dann die wunderschöne Umgebung, zum Beispiel bei einer geführten Wanderung. Wann dürfen wir Sie bei uns begrüßen?